Hallo und herzlich willkommen zu einem Informations-Ankündigungsvideo mit mir und dem Werner. Hallo. So, ja, wie versprochen am Mittwoch das Ankündigungsvideo für Samstag. Den, lass mich mal nachgucken. Ich muss auch nachgucken. Es ist der 8. tatsächlich. Der 8.10., genau, da werden wir einen 12-Stunden-Stream machen von 3 bis um 3. Nicht immer sind wir beide dabei, ab und zu wird halt der Werner da sein, ab und zu werde ich da sein. Aber wir versuchen halt bis zum 3 Uhr da zu sein. Ja. So, gespielt wird Stappenbach hauptsächlich am Anfang. Danach vielleicht ein bisschen Rocket League, vielleicht ein bisschen Arma. Noch irgendwas, was ich vergessen habe? Vielleicht haben wir auch irgendwelche spontanen Ideen oder irgendwer schreibt in den Chat, spielt mal das und das und das und wenn wir spontan Bock haben, dann machen wir das einfach. Ja, genau. Minecraft wäre vielleicht auch noch so eine Sache, aber ich weiß nichts. Könnt ihr auf jeden Fall mitmachen, schreiben und wir werden uns dann die Spiele, vielleicht kennen wir sie ja, werden wir uns die anschauen und überlegen. Aber wenn irgendwas ganz spezielles ist, sorry Leo, können das die Leute auch gerne in die Kommentare schreiben und dann können wir das auch noch organisieren, wenn da jetzt ein paar Stimmen für wären. Genau, vorbereiten quasi. Oder vielleicht auch solche Exoten, SimCity oder so irgendwas, keine Ahnung, ist mir egal. Ja, einfach rein kommentieren und wir gucken, ob wir das im Multiplay irgendwie spielbar bekommen und dann machen wir das. Genau. So, dann werden wir einige Anlässe feiern. Ich hoffe, dass wir bis dahin zum Beispiel die 20.000 Abonnenten bei YouTube knacken. Hm, wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ich kann es mir vorstellen, dass das klappen wird. Glaubst du? Ja, ich hoffe es einfach. Und die 3.000 Twitch-Followers werden wir dann hoffentlich auch knacken an dem Tag. Sind wir doch schon wieder soweit? Das ist auch soweit schon. Ei, ei, ei. Das geht echt fix. Eigentlich, Leo, eigentlich, ne? Ja. Eigentlich müssten wir die ersten zwei Stunden mit Anzug screenen. Ne, ich dachte, wir machen wieder ein BG-T-Shirt-Dings, weißt du? Habe ich eins da? Du müsstest das da haben, auf jeden Fall noch vom letzten Mal. Muss ich mal gucken, irgendwo habe ich bestimmt eins. Okay, Kamera, willst du dich vielleicht wieder scharf machen? Ja, danke. Ähm, genau. Das haben wir. Was haben wir noch irgendwas? Äh, Gewinnspiele. 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 Wird es geben. Ja, äh, willst du zuerst deinen Preis sagen und ich sag dann meinen Preis? Okay, äh, also von meiner Seite wird es auf jeden Fall die LS17 Collectors Edition bei Amazon geben. Die werde ich dann für euch in eurem Namen vorbestellen. Ich bezahle das Ganze und dann lübt das. Genau, das gleiche von mir. Leo hat es nachgemacht. Ja, äh, bei mir wird es aber ein bisschen anders sein als beim Werner. Da ich, äh, das, wie soll man das sagen, hauptsächlich für meine Twitch-Zuschauer machen möchte, ähm, wird das Ganze so laufen, dass das über die Twitch-Punkte, die halt bei mir im Stream gesammelt werden können, gemacht wird. Okay. Das heißt, das heißt, okay, ich verstehe. Das heißt, ich werde das ein Open, du kannst halt so viele Punkte ausgeben, wie du möchtest, für das Spiel. Ich werde das nach oben hin offen lassen. Ja. Und da kann halt jeder, der mir ganz viel zugeschaut hat und aktiv war dabei, der hat halt eine höhere Gewinnstehung auf das Spiel, als, ähm, die halt nicht so häufig dabei waren. Kann da jeder mitmachen? Da kann, wird auf jeden Fall jeder ein Ticket kaufen können, das steht außer Frage. Ähm, aber, äh. Das heißt, ich kann da auch mitmachen? Nee, du nicht. Ja, wie jetzt? Nee, du nicht. Aber dann hätte ich das jetzt gewinnen können und das auf YouTube dann nochmal verschenken können? Ähm, ja, aber du nicht. Die Moderatoren habe ich auch ausgeschlossen, bei unseren beiden Gewinnspielen. Also BG darf gar nicht mitspielen? Ähm, die Moderatoren auf jeden Fall nicht, weil die haben einfach zu viele Punkte. Das ist so, ja, zwangsläufig, ne? Ja. Genau. Okay. Bei dir werden wir das so ähnlich machen, auch mit Punkten, aber halt, jeder bekommt dann Punkte und kann auf jeden Fall einmal mitmachen. Oder halt ganz ohne Punkte, das kannst du dann für dich selbst entscheiden. Das gucken wir mal, ich weiß noch nicht. Genau. So, die eine Sache. Das waren die Spiele, wir werden vielleicht noch ein paar andere Keys verlosen, aber das sind auf jeden Fall die zwei Kracher, die wir, ähm, verschenken werden. Und, äh. Aber ganz kurz. Ja. Ne, wir haben LS17 noch nicht, also wenn's rauskommt, dann schicken wir euch das. Ja, oder. Nicht, dass ihr jetzt denkt, boah, ich hab gewonnen, das hab ich nächste Woche da. Nee. Das macht halt Amazon irgendwann selbst, ne? Ja, richtig. Wir werden die Bestellung aufgeben und dann werden sie das losschicken, wenn's soweit ist. Wenn ihr dann nicht da seid oder das Paket halt nicht ankommt, ist das nicht mehr unser Problem. Also wir werden da jetzt nicht nachverfolgen, wie das da bei euch ankommt und so weiter. Ja, Leo, wir müssen jetzt nicht den Miesepeter an die Wand malen, ne? Wir machen das, wir machen das. Wenn du wüsstest. Okay, gut. Dann haben wir noch einige Sachen vom Elbster hier. Eine Tasse und ein Kissen auf jeden Fall. Die Sachen werd ich auch rauschicken an dem Tag. Oder beziehungsweise verschenken an diesem Tag. Und, ähm, ja, noch einige andere Keys, die wir noch haben, die werden wir auch verlosen. Also es wird mächtig was zu gewinnen geben. Und, ähm, ja. Aber verteilt halt über den ganzen Abend und nicht alles auf einmal und dann ist halt um zwei Uhr nichts mehr. Leo? Ja, bitte. Wollten wir das wieder nicht zehn Minuten machen? Oder nicht zehn Minuten machen? Ja, aber wir sind gerade mal bei sechs. Ah, da haben wir noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Nee, also wir haben eigentlich alles bequatscht, was wir machen wollten. Also wir haben die Spiele vorgestellt, die wir machen, das Gewinnspiel. Jawohl. Ach so, ganz kurz. Wann es losgehen wird? Ja. Wir werden beide zu sehen sein, falls das die Frage ist. Also es wird wieder so sein zum, was war das, zehn aus dem Abonnenten-Special? Äh, ja. Zehn, glaub ich, waren's. Zehn. Zehn, nicht so tragisch. Ja. Das heißt, der Leo wird links unten sein und ich werde rechts unten sein. Ist das so richtig? Irgendwie so werden wir das noch machen, genau. So in der Konstellation. Es geht los um 15 Uhr, nochmal am 8., glaub ich, ne? 8. bis um, äh, bis am 9. um 3 Uhr morgens. Genau. Also so ist der Plan, je nachdem halt, wenn da um 2.00 Uhr nachts nur noch zehn Leute zuschauen und ich alleine bin, dann werden wir das auch vielleicht ein bisschen kürzer machen. Ja. Also jetzt nicht genau, nicht so Schlag zwölf Stunden, wir sind weg, ne? Mal gucken, wie es ist. Es muss Spaß machen auf alle Fälle. Das ist das Wichtige dabei. Und es macht auch sehr viel Spaß, wenn sehr viele von euch dabei sind. Das macht mega Bock. Ja. Ähm, so, das haben wir, das haben wir. Ja, ich wüsste sonst nicht, was wir noch vorschlagen könnten. Äh, das mit der Musik, äh, ist natürlich wieder klar. Das wird wieder von Epidemic Sound gesponsert. Das heißt, wir werden den Stream, sobald der fertig ist, kann man bei YouTube zwölf Stunden Video hochladen? Äh, wir können das, ja. Okay, dann werden wir das am Stück, das zwölf Stunden Video bei YouTube dann auch veröffentlichen, so dass die Leute, die halt nicht dabei sein könnten, aus Gründen, Samstagabend kann man durchaus was anderes machen, verstehe ich. Nein, Leo, nein, kann man das. Kann man das, kann man nichts Schöneres vorstellen, als wie ein zwölf Stunden Stream anzugucken. Äh, kann man das auch, ähm, nachgucken, also, nachverfolgen. Ja, ich denke, Musik haben wir jetzt auch erklärt, das haben wir auch. Ja, wenn noch Fragen auftauchen sollten, bitte schreibt die in die Kommentare, wir werden die natürlich beantworten. Ähm, boah, mehr weiß ich auch nicht. Nö, nö, das wird sich noch einiges klären und da, es ist ja nicht jetzt, ne, wir machen das Ankündigungsvideo und dann ist das schon morgen, also jetzt ist so ein bisschen Zeitraum dazwischen. Ja. Schreibt einfach irgendwas dabei, wie gesagt, irgendwelche anderen Map-Vorschläge oder sowas werden wir nicht auch darauf eingehen, weil einfach die Zeit dafür nicht bleiben wird, da irgendwas einzurechten. Wir bleiben auf der Stappenbach, werden die spielen und, ähm, ja, dann sehe ich, hoffentlich sehen wir uns dann am Samstag relativ mit vielen Leuten. Das hoffe ich sehr, das hoffe ich sehr. Ich würde mich freuen, auf alle, wenn wir ein paar dabei sind. Genau. Ähm, natürlich eignen sich die Spiele, ganz kurz noch leer, ich würde es nicht länger ziehen, natürlich eignen sich die System natürlich, um irgendwelche Fragen zu stellen oder was ihr immer schon immer wissen wolltet, wir haben zwölf Stunden Zeit, wir können alles beantworten. Ja, ja, wir werden viel quatschen können, auf jeden Fall. Ja, das ist es halt. Ja, wir werden auch häufiger in diese Perspektive, die jetzt hier anzusehen ist, werden wir da auch rein wechseln und dann werden wir ein bisschen quatschen, einfach ohne zu spielen oder im Hintergrund das Spielen laufen lassen. Genau. Einfach Sachen zu beantworten, wo kommt ihr das her, wie kommt ihr auf die Idee, das zu machen und bla und bla und bla und bla. Also all das Ganze, was halt häufig in den YouTube-Kommentaren geschrieben wird, könnt ihr uns auch dann live stellen und wir werden das versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wenn mal dann, ganz kurz, eine Frage oder zwei Fragen im Chat untergehen, seid uns nicht böse, weil gleichzeitig zu spielen, den Chat zu verfolgen, da brauchst du drei Augen, das funktioniert halt ab und zu nicht. Das läuft nicht. Genau. Aber wir werden uns da Mühe geben, dass auch da möglichst alle drankommen und so weiter. Der Kollege Boxfresh ist, meine ich, auch dabei. Ich glaube, zwar erst abends, aber meine ist auch mit dabei. Ich würde aber jetzt nichts versprechen, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Wir gucken einfach, wer da ist. Es ist ja kein Zwang oder kein Muss. Also wer da ist, ist da. Wer nicht da ist, ist nicht da. Vielleicht bin ich auch nicht da, wer weiß. Das geht nicht. Okay. Das geht nicht. Ja, dann wären wir. Wajik war ich soweit durch. Glaube auch. Zum zweiten Mal. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns am Samstag wieder. Habt eine schöne Restwoche und ja, bis bald. Ciao. Ciao. Vielen Dank.